Hi Leute, Jasper hier und ich sehe immer wieder die Frage, ob Eiweiß denn jetzt schädlich ist, ob es die Nieren schädigt, ob Whey-Potein schädlich ist und so weiter. Und darum hier noch einmal ein Video dazu, wo wir uns jetzt mal einige Studien dazu angucken und dann zu einem Entschluss kommen können. Dass Eiweiß nicht schädlich ist für die Nieren und auch in hohen Dosierungen nicht schädlich ist, solange die Niere gesund ist und keine Vorerkrankung da ist, das habe ich ja auch schon in meinem Buch detailliert aufgezeigt und dem ist natürlich immer noch so. Lediglich die Filtrationsrate der Niere wird erhöht, was ganz normal ist, weil sie einfach mehr zu tun hat, ist aber eben nicht schädlich, dieser Prozess. Auch die Leber wird nicht geschädigt. In dieser Studie hier haben sie elf übergewichtigen Frauen 60 Gramm Whey-Protein am Tag gegeben und ansonsten ihre normale Ernährung beigelassen und haben sich die Leber angeguckt und das Leberfett hat sich sogar um 13 bis 27 Prozent reduziert. Denn die Leber braucht sogar Eiweiß, um Lipoproteine zu erzeugen, welche dann eben Fett aus der Leber abtransportieren. Die gesamten Triglyceride sind um 8 bis 22 Prozent gesunken und auch der Cholesterinspiegel ist um 5 bis 10 Prozent gesunken. Das heißt, wir sehen generell auf das Gesamtfett quasi gesehen, hat Whey auch in höheren Mengen keinen negativen Einfluss. Außerdem hat sich sogar ein klein wenig die fettfreie Masse erhöht. In dem Fall waren es natürlich auch Übergewichtige, die werden also vorher nicht trainiert haben. Die werden vielleicht sogar ein Unternormalmaß an Muskeln gehabt haben, wenn sie irgendwie viele Crash-Diäten gemacht haben oder so. Und die haben vielleicht sogar nicht mal ausreichend Eiweiß gegessen. Wenn sie dann natürlich einfach ein gewisses Körpergewicht haben und genügend Eiweiß essen, dann können sie einfach da aufs Normalmaß schon wieder aufbauen. Einfach nur, weil sie eben das Eiweiß insgesamt erhöhen. Das heißt, das kann man natürlich nicht übertragen zu sagen, hey, trink einfach einen Whey und du baust automatisch schon Muskeln auf. Damit sollte man sehr vorsichtig sein. Das liegt einfach nur daran, dass es eben eine sehr schlechte Ausgangslage war. Aber auch das ist natürlich trotzdem ein positiver Effekt, der entstanden ist in dem Fall. Öfter wird auch gesagt, dass man gerade durch solche Sachen wie Whey oder so übersäuert. Dazu packe ich euch nochmal hier in die Infokarte oder auch in die Beschreibung ein, zwei Videos rein. Denn dazu habe ich ja schon Videos gemacht, dass es eben nicht so schwarz-weiß ist zu sagen, wenn du das Lebensmittel isst, übersäuerst du. Wenn du das isst, dann übersäuerst du nicht. Und dass generell der Körper sehr, sehr viele Puffersysteme hat, um säurenlos zu werden. Und dass eben nur ein Mechanismus davon ist, Sachen aus den Knochen zu lösen oder andere Lebensmittel zu nutzen und so weiter. Und gerade Leute, die Sport machen, atmen zum Beispiel sehr, sehr viele Säuren auch einfach ab. Hier muss man es also wieder mit diesem ganzen Thema Säuren und Ko nicht übertreiben. Wie gesagt, wir müssen nicht irgendwie den ganzen Körper basisch machen. Insofern natürlich sollte man ausgeglichene Ernährung haben und auch viele Sachen wie Obst und Gemüse essen. Auch dazu hatte ich ja ein Video gemacht. Aber das heißt eben in dem Fall nicht, dass man nur, wenn man irgendwie Whey trinkt oder so übersäuert. Wenn ich natürlich nur noch Whey trinke, dann bekomme ich damit vielleicht ein Problem. Aber wenn ich es einfach in die normale Ernährung einbinde, dann eben nicht. Eine Aussage wie zu viel Eiweißpulver oder Whey-Protein schädigt die Knochen. Stimmt so also nicht, wie diese Meta-Analyse hier zeigt. Im Gegenteil, braucht der Körper ja sogar Eiweiß für bestimmte Aufbauprozesse, bestimmte Transportprozesse und so weiter. Also auch Whey-Protein, auch eine höhere Menge, wenn man es in die normale Ernährung einbindet, schädigt nicht die Knochen. Es nutzen also immer mehr Leute Whey-Protein, auch in Rezepten und so, weil es einfach a. gut schmeckt und b. diesen Touch hat von, das ist irgendwie gesund und so lean, also irgendwie macht es dich fit, baut Muskeln auf, verbrennt dein Fett und irgendwie wird darum immer mehr Whey-Protein benutzt. Aber warum gibt es dann immer noch so oft diese Aussage, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass es ja auf die ganzen Strukturen und Werte und Organe und so weiter keinen Schaden macht, warum hört man es dann noch so oft? Ist es nur ein Mythos oder kann es doch Probleme machen? Und ich denke, es ist eine Mischung. Ich denke, es ist a. ein Mythos, der sich sehr hält und b. wird eine sehr kleine Zielgruppe sehr aufgebauscht. So wie zum Beispiel auch bei einer Glutenintoleranz oder sowas, wie mit Zöliakie, wo es auf einmal heißt, Gluten ist für alle schädlich irgendwie. Hier habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Also z.B. wenn jemand eine Laktoseintoleranz hat, dann sollte diese Person natürlich kein Whey-Protein konsumieren, da dort einfach eben Milchzucker drin ist. Man könnte umsteigen auf ein Isolat, wo eben kaum noch Milchzucker drin ist oder man steigt eben einfach um auf irgendein pflanzliches Protein oder so. Das geht natürlich auch, aber das ist natürlich an sich eine kleinere Zielgruppe. Also klar, wer irgendwo gegen eine Allergie oder Intoleranz hat, der kann dieses Lebensmittel nicht verzehren. Das liegt ja aber nicht daran, dass das Lebensmittel per se irgendwie schlecht oder ungesund ist, sondern einfach, dass man es persönlich eben nicht verträgt. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die allergisch gegen Kuhmilch sind. Das ist aber prozentual noch seltener. Natürlich können die Leute dann auch keinen Whey konsumieren, aber im ersten Lebensjahr eines Säuglings kommt es so zu 2-3% vor. Und also, dass Leute allergisch gegen Kuhmilch direkt sind. Und das nimmt im Laufe des Lebens ab und zwar um ungefähr 85-90%. Also als Erwachsener hat man vielleicht noch ungefähr ein Risiko von 0,2% bis 0,3% davon betroffen zu sein, Kuhmilch nicht zu vertragen. Und wenn man wirklich eine Allergie gegen Kuhmilch hat, dann merkt man das auch. Denn während bei Unverträglichkeiten eben meist leichtere Symptome sind, wie irgendwie Durchfälle, Blähungen oder was auch immer, hat man bei wirklichen Allergien eben sehr, sehr starke Symptome mit Hautrötungen, Ausschlägen, Juckreiz, Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Also Allergien sind in der Regel eine Schippe heftiger. Wenn man da wirklich drunter fallen sollte, dann wird man das wahrscheinlich schon gemerkt haben. Solltest du also keine Allergie oder Unverträglichkeit haben, dann kannst du gerne Whey-Protein oder auch andere Proteine konsumieren. So viel du willst, wie du siehst, hat es keine negative Wirkung. Gerade nach dem Training bietet sich das Ganze an. Schau dazu gerne nochmal mein Video hier zum Thema Anaboles-Zeitfenster. Aber ansonsten muss klar sein, dass ein Whey-Protein weder dafür sorgt, dass du irgendwie einfach nur, weil du es trinkst, Muskeln aufbaust, noch dass du es einfach trinken kannst und dadurch automatisch abnimmst. Das funktioniert nie. Es ist nur eben einfach ein Weg, der vielleicht besser schmeckt und viel praktischer ist, als aus anderen Eiweißquellen das Eiweiß zu beziehen. Es ist aber eben keine Wunderwaffe. Wenn du ansonsten Lust hast, jetzt zum Sommer nochmal ein paar Kilo zu verlieren, ich habe ja so ein kleines Mini-Cut-Coaching fertig gemacht, schau gerne einfach in die Beschreibung, da kannst du dir das Ganze holen. Da geht es eben darum, wenn man abnehmen möchte, was man machen kann, um in möglichst kurzer Zeit möglichst große Ergebnisse rauszuholen. Ist wie gesagt keine Dauermethode, die man irgendwie durchgehend machen sollte. Aber genau für solche Sachen wie jetzt in den nächsten, ich habe noch einen Monat Zeit oder so, will einfach die Form nochmal verbessern, wie ist die Herangehensweise. Weil sowas viele interessiert hat, habe ich es mal fertig gemacht. Schau dir das gerne an und ansonsten die anderen Videos, die ich verlinkt habe. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.